Hey der Riesenmichis, ich bin Marc, der Beimeck, und wie gesagt, ich habe jetzt wieder die Kamera gefunden, die ich irgendwo hergelegt habe, das sieht auch meine Fresse, ich mache die Videos nicht besser, aber schon scheissegal, wir haben Mitte Januar, ich hatte einfach keinen Bock zum Video zu machen, das hast du manchmal, und jetzt mach ich mal eins, spielen, ein bisschen Hearthstone, letztes Jahr habe ich 150 Abonnenten, ich habe mir die ganze Zeit die Anfrage über, wenn du spielst FIFA, wenn du spielst FIFA, wenn ich Bock habe, momentan habe ich echt keinen Bock auf scheisse FIFA, das ist ganz einfach, das ist wirklich relativ viel mit zu spielen, Hearthstone, Shade Ruid, Shade, Shaman, Agro-Shaman, ich bin nicht so erfolgreich mit dem, obwohl er laut dieser super Tierliste von TempoStorm.com, unglaublich ha 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 Shubu soll sein, aber ganz ehrlich, ich kann ihn nicht spielen, ich bin auch scheisse in diesem Game, aber ich kann ihn wirklich nicht spielen, also wirklich, ist gar nicht meins, aber ich weiss auch nicht, obwohl der Pirater Warrior, der ist wohl eher Cancer pur, da kann ich spielen wie ein Weltmeister, wirklich, wie ein fucking Weltmeister, so vom, ich stehe hier und dann kann ich nachher hier spielen, und da habe ich, bringt der was schon fast für den Renew, trug, gern mir das hier, bumm, ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ist das noch nicht so ganz einfach, weil ich mache mir diesen schnell ein Kopf. Uhhh ok. Ähm was könnte das sein? Okay. Komm mal auf da. Okay. Sehr gut. Okay. Hm, naja. Lieber der, als irgendwie. Geiss. Ich glaube der Trader war aufs Ocken. Ja gut. Dann kannst du gleich die Serie sagen. Falten wir noch im Feld erfüllen. Ja. Okay. Was hast du da? Ja. Uh, der Spurz. Ja. Ja. Das tut nicht weh. Das tut nicht weh. Oh, fuck you. De wixer. Groesige Bastardo. So. Jetzt schauen wir mal. So. So, jetzt gehen wir da drauf. So. 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 Ich habe es nicht gehört, ob es ist. Ob es ist, wenn ich es nicht mehr. Okay. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ja, okay, warte. Und jetzt stirbst du. Gut. Nein, ich habe keine Clue. Nein, hast du noch einen Freeze? Nein, hast du noch einen Freeze? Ja, fuck you! Ja! Ja! Ich kann das Deck so nicht spielen, aber es ist egal. Ich habe gewonnen. Ja! Yes! Bei diesem Deck habe ich die ganze Zeit immer eine Krise. Ja, eben. Fuck, man. Ich sollte die Kamera wieder ausstecken. Da sieht man, wie ich hier leide. Verdammt, noch einmal. Ja, das wäre es auf jeden Fall gewesen. Wir haben ein supergeiles Video. Das sind 5 von 5 Sternen. Minimum 10 Leute werden es sicher schauen. Jetzt habe ich auch noch Pro-Fits machen. Irgendwas muss ich noch bringen. Irgendwas muss ich noch bringen. Ja, ist ja gleich. Ja, Marc. Tschüss. Es ist hier. Ja... Entschuldigung.